Guten Morgen Leute, ich bin irgendwie dezent, ein bisschen müde. Wir haben, ich glaube, halb neun oder so, ich bin jetzt schon eine Weile wach, weil ich nicht wusste, wann ich meine Mom vom Krankenhaus abholen muss, deswegen bin ich jetzt früh aufgestanden. Ja, so ist mein freier Tag, aber naja. Molly hat heute bei mir geschlafen. Ich musste sie dann eben schon rauswerfen, weil irgendwann hat sie angefangen zu randalieren, und dann hat sie alles vom Schleibtisch runtergeworfen und wollte damit spielen. So Leute, ich habe die Katzen verrichtet, ich habe alles gesaugt, was zu sagen ist. Katzen verrichten meine ich füttern und Katzenlo. Ja, ich habe meine Mom schon angerufen, aber da ist das Handy aus. Also ich denke mal, die hat jetzt da noch ein paar weitere Untersuchungen. Vor allem bekommt sie, die hat da im Knie so ein Rohrstecken, wahrscheinlich wegen Blut. I don't know, ich kenne mich da null aus. Das wird heute direkt rausgenommen. Erst hieß es ja, sie darf nach Hause und da muss sie wieder rein. Und dann wird sie also heute am Dienstag rausgenommen. Aber ich, keine Ahnung, ist das nicht jeden bisschen früh? I don't know, kenne mich da null aus. Deswegen war es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass sie da einfach dort geblieben ist, im Krankenhaus. Ja, ich habe überlegt eigentlich, dass ich mich fertig mache jetzt ein bisschen und dann TikToks noch mache. Ich dachte, ich mache so ein Outfit TikTok oder Reel halt auch wieder. Aber dafür brauche ich jetzt mal ein bisschen Speicher. Deswegen dachte ich mir, lösche ich mal ein paar Sachen runter vom Handy. So, meine Mama hat mir geschrieben, ich kann sie vom Krankenhaus abholen. Das werde ich jetzt direkt machen und ja. Jetzt der Outfit, irgendwie stört mich das so extrem, dass das nicht dasselbe Grauton ist wie der hier. Ich dachte, wenn man sich von H&M zwei graue Sachen kauft, ist das dasselbe, aber anscheinend nicht. So, ich bin endlich zu Hause und habe auch mal Zähne geputzt. So, was ist denn los, Melli? Und ich bin irgendwie ein bisschen kaputt geschlagen. I don't know why. Ich glaube, das liegt daran, dass ich wieder mit Kontaklinsen eingeschlafen habe und meine Augen so ein bisschen, ja, gebrannt haben. Ich habe mir jetzt vom Bäcker noch dieses schöne Ding hier gekauft. Das werde ich mit Nutella essen und hier habe ich noch so einen kalten Latte. Und eigentlich wollte ich dann noch Videos fertig bringen. Und ja, weil ich fahre ja, ich weiß nicht wann der hier online kommt, der Vlog. Ich fahre ja nächste Woche nach Berlin und da muss ich halt noch ein bisschen gucken und was vorproduzieren. Und deswegen, also was heißt vorproduzieren, ich habe aktuell ja eh eine Zeitverschiebung mit meinem Vlogs drin, so ein bisschen. Deswegen, glaube ich, dürfte ich das alles hinbekommen. So, ich werde mir jetzt noch eine Maske machen und werde dann später ins Badezimmer gehen, mich vielleicht ein bisschen fertig machen. Mal schauen, ich würde mir nichts verschreien. Aber allein dieses, wenn man sich duscht und fertig macht, man fühlt sich eigentlich gleich viel besser. Also deswegen dachte ich mir aber, eine Maske schadet nicht. Ich werde das natürlich wieder so aufnehmen und dann als Instagram-Story auch mit hochladen. So, ich bin eben noch draußen, ich wollte noch ein paar Bilder von der Figur machen. Und ich wollte unbedingt mal vom Zug irgendwie Bilder machen. Aber es ist gar nicht so leicht, deswegen versuche ich es jetzt einfach mal, wie es aussehen wird. Ich kann es mir schon vorstellen, dass es nichts wird, beziehungsweise, dass ich das Voto da nicht nutzen werde. Aber, aber, mal schauen. So, mir ist die Cent zu warm. Mein Akku war jetzt auch leer. Ich muss jetzt reingehen. Ich habe jetzt hier mit Luna Love gut noch Bilder gemacht. Und hier mit Jack. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, kann man da was rausholen, wenn man das bearbeitet? Auch gut bearbeitet. Auch das mit Luna, da muss ich definitiv mehr machen. I don't know. Mal schauen. Ich hänge immer noch hier rum mit der Maske. Ich glaube, ich habe die schon wieder eine über eine Stunde drauf. Ich wollte ja eigentlich duschen gehen. Und ich überlege die ganze Zeit, was ich vielleicht so an TikToks machen könnte. Ich wollte vielleicht so ein Outfit-Video machen. Aber ich denke mir so, Beach, please. Ich muss noch so viel vom Handy runterlöschen. Dann habe ich wieder da so viele Dateien drauf. Deswegen dachte ich mir, ich verschiebe das. Und dann habe ich so überlegt, so, auf wann? Dann, denn ich muss morgen Verena vom Bahnhof abholen, die Katzen reinbringen und muss auch arbeiten. Und am Donnerstag muss ich meine Mom wieder zum Arzt fahren, so babyisch. Und da habe ich dann bestimmt auch nicht mehr ganz so viel Lust drauf, irgendeinen TikTok zu drehen. Also, ich nenne es mal so etwas Aufwendiges, weil so ein, ja, wie soll ich sagen, so Klamotten herzeigen oder so. Also so Outfit of the Day oder so, ein paar Outfits herzeigen. Das muss auch alles zusammengeschnitten werden. Da habe ich immer pro Outfit vielleicht so Aufnahmen von vier Minuten und das auf 15 Sekunden oder so zu kürzen, dass man es natürlich als Reel auch nutzen kann. Und es dann manchmal ein bisschen mehr Aufwand. Und dann denke ich mir so, nee, wenn das, nee, will ich mir jetzt gar nicht mehr vornehmen. Wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn nicht, dann nicht. Ich gucke gerade seit Jahren mal wieder Nick. Und es läuft gerade Cosmo und Wanda. Und Timmy Turner hat hier einfach, anscheinend sind das neue Folgen. Und der hat einfach eine neue Stimme, eine ganz andere. Und das verstört mich die ganze Zeit jetzt schon. Wieso gibt es eigentlich davon noch keine Funko Pop, so von Cosmo und Wanda? Oder gibt es die? Ich muss gleich mal gucken gehen. Nee, gibt es leider nicht. Nur so selbstgemachtes. Und einer hat mal so ein Konzeptbild gemacht von Timmy Turner, was halt aber auch mega cool aussehen würde. Würde ich mir auch definitiv holen. Und ich finde ja, dass es von Lady Gaga und von Miley Cyrus welche geben sollte, weil da von den beiden könnte man zu viele verschiedene machen. Oder allein die Vorstellung, es würde eine Hannah Montana Funko Pop geben. Oder allgemein die ganzen Charaktere von Hannah Montana. Wie crazy wäre das? Das wäre Life Girls. Aber ich wollte nochmal bezüglich den Bilou-Produkten speziell nochmal was sagen. Ich liebe es wirklich. Also, so dumm es auch klingt, ich weiß nicht, ist das irgendwie so Klauen-Shampoo oder nicht. Ist mir ehrlich gesagt immer scheißegal. Jedenfalls, ich liebe es. Ich kann damit meine Haare, ich kann mit meinen Haaren so gut dann umgehen, aber meine Kopfhaut verträgt es nicht allzu gut. Aber ich habe noch überhaupt kein passendes Klauen-Shampoo für meine Kopfhaut gefunden. Weil, das Ding ist halt einfach, ich habe immer Schuppen gefühlt. Also, meine Kopfhaut ist mal mehr, mal weniger offen. Und mit dem ist es leider auch so, dass ich dann Schuppen bekomme. Also, mache ich aktuell so ein Hin und Her mit dem hier. Und mit Ghoul Anti-Shoppen. Und das habe ich jetzt erst vor kurzem beschlossen, also vor zwei, drei Tagen. Deswegen, mal gucken, ob es was bringt. Weil, das Ding ist halt, es ist nicht gut, wenn man immer so Anti-Shoppen-Shampoo hernimmt. Vor allem nicht das von Head & Shoulders. Also, die Anti-Shoppen-Shampoos sind ja auch mega aggressiv. Deswegen, ja, aber wenn ich die drei Produkte alle zusammen benutze, vor allem, ich habe noch nie Spülung oder Conditioner so wirklich benutzt. Und da waren meine Haare immer sofort fettig, auch wenn ich Conditioner benutzt habe oder eben eine Spülung. Aber mit dem überhaupt nicht. Ich habe so mega das Volumen auch zum Teil und kann damit mega umgehen. Man kommt so gut durch. Also, mega die Empfehlung auch von mir an euch. Und ich denke mal, die Lupe-Produkte und wenn es nur so Schampo oder Conditioner auch ist, ich finde die Preise auch mega in Ordnung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh mein Gott, wir haben jetzt schon wieder ein bisschen später. Ich habe gerade Nudelauflauf gegessen. Richtig geil. Und ich habe ihm noch mit meinem Dad so ein bisschen telefoniert und der hat mir Hart-Tier erzählt, den ich leider ja nicht erzählen kann oder darf. Richtig, richtig dumm. Aber, oh mein Gott, ich würde es sogar irgendwann vielleicht. Irgendwann vielleicht mal. Aber heute nicht. Aber es ist Wahnsinn einfach. Wahnsinn, diese Frau. Ich hoffe, meine Hauptmedizin haben wir wieder ein bisschen besser. Also, aktuell ist die richtig krass am Eskalieren, wie man sehen kann. Hier, hier auch schon wieder. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe jetzt eigentlich auch komplett alles wieder... Also, ich habe ja immer diese Nachtpflege draufgetan. Diese Nachtmaske. Aber die lasse ich jetzt schon weg. Weil ich mir dachte, vielleicht liegt es ja an dem. Und ja, ich habe es heute wieder benutzt. Ich habe von... Wie heißt die Marke überhaupt? Ich weiß es gerade nicht. Es hat mir über die nochmal gegeben. Das ist so... Ja, auch so eine Art Peeling. Das habe ich jetzt lange nicht hergenommen. Das habe ich heute mal wieder hergenommen, weil es so gut riecht einfach. Oh mein Gott. Und vielleicht liegt es ja auch an dem. Keine Ahnung. Oder es liegt wirklich an den Vitamintabletten. Wie wir auch schon mal ein paar geschrieben haben. Aber kann es echt an so Vitamintabletten liegen? Oder es ist halt wirklich so, dass die Vitamintabletten jetzt den ganzen Mist aus mir rausholen und sich denken so... Also... Ja... Bye, Beach. Weg mit dir. I don't know. Okay, ich bin tot. Sorry. Vielen Dank für's Einschalten, die mich noch nicht abonniert haben. Können das gerne nachholen. Ihr findet jetzt hier noch zwei weitere Videos. Checkt die gerne aus. Und ich würde sagen, bye. 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 Bye.